hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen folge life is strange in der ersten episode wir sind bei chloe zu hause und wir müssen in die werkstatt vorher schauen wir uns vielleicht noch kurz mal um hier wenn die türen schon offen sind was war das? oh ein lichtschall da was haben wir hier? this is definitely joyces make up chloe wouldn't use animal products choice ist glaube ich die mutter wenn ich das richtig verstanden habe i wonder if chloe is taking those pills i hope she's ok fluoxetintabletten rezeptpflichtig was haben wir hier? i like chloes new hair color she's the opposite of shy of me haarfärbemittel so haben wir hier noch was? wohl eher weniger gut aber jetzt würde ich sagen gehen wir ab in die garage runter gehen überbrauchen wir das werkzeug öffnen ok das ist also nicht der durchgang was sind das hier? ok ihre abrechnung ist beigefügt dringend elektrizitätsrechnung enthalten überfällig also die scheinen wirklich geldprobleme zu haben gut da geht es auch nicht rein fotos now this is the chloe i remember always smiling and laughing not so much anymore ja das sind dann wohl bilder aus früheren zeiten so kate danke nochmal für deine hilfe max kein problem der typ ist ein arschloch ja kann man kann man so sagen i love that they have the same old answering machine i love that they have the same old answering machine and there's a message ähm ich weiß nicht ob mir das sehr anders kommt i haven't seen this place in 5 years seems like yum that looks tasty i do miss joyce's cooking food cart monatsplatz heiß reifen holzofen pizza wagen hm zurück will ich da haben wir noch ein glas und fotos i'd love to go to paris too at this rate they'll be lucky to get to portland hm ja da brauchen sie noch ein bisschen geld mehr joyce still works at 2 wells diner best damn burgers in arcadia i better get one soon gut das scheint an die mutter zu sein so was haben wir hier homestyle cooking 2 wells diner hausmannskost ok dann äh gehts noch weiter cereals, milk, peanut ok da scheinen die einkaufsliste zu sein alles klar so da ist Werkzeug damn it's the couch we used to pretend it was a pirate ship looks like a ship wreck now dann haben wir noch ein Foto oh was ist das hier hey i remember that stain chloe and i knocked over joyce's wine bottle and we scrubbed forever but it never came out we got so busted ok if i took this picture the deer would be standing on your ass if i took this picture the deer would be standing on your ass würdest du unter der würde hier liegen ok kommt mir bekannt vor irgendwie i should be able to find the tools i need here so dann gucken wir nach dem Werkzeug chloe stepped at his head of security at blackwell ok he wants to put surveillance cameras all over the school how paranoid can you get alles klar jetzt verstehe ich auch warum sie auf ihren stiefvater nicht ganz so gut zu sprechen ist chloe stepfather is this asshole from blackwell you've got to be shitting me blackwell academy sicherheit mhm david madsen ok und der war scheinbar auch bei der army gewesen ein waffenschrank hm one of these guns is missing i hope chloe stepfather isn't packing heat ok da fehlt eine also wenn sie selbst geschossen hätte da oben haben wir Werkzeug boom precision screwdrivers except i can't reach them ok waschmaschine einschalten was passiert dann oh na toll das war sehr smart dumm ass no can reach das ist jetzt natürlich sehr blöd ähm soll aber mal zurückspulen gut soll mal gucken dass wir da vielleicht irgendwie rankommen was haben wir hier noch schieben schieben was passiert da schieben ok gut äh könnte es sinn machen schreibe nochmal ein schau doch gar nicht so schlecht aus vielleicht kriegen wir es so probieren wir mal ok das Werkzeug haben wir gefunden jetzt haben wir gucken uns noch mal ein bisschen weiter auf ok dann schauen wir uns das mal ja anmachen oder nicht anmachen was haben wir denn hier noch wowzer map of blackwell academy i wonder why ja ähm platzierung der kameras weil er überall kameras ihn setzen will was haben wir denn hier ein fernseher was chloe stepdad actually installed cameras in the rooms for real this guy has serious trust issues do chloe and joyce even know about this ok der hat doch echt nicht mehr alle latten und zaun dann guck mal hier der hat ja alles kamera überwacht jeden einzelnen winkel im haus das ist der flur also da müssen wir echt aufpassen glaube ich ähm gut äh kann ich den auch wieder zumachen ich meine das wäre vielleicht ganz sinnvoll schließen äh hier schließen was haben wir hier noch laptop this must belong to chloes stepdad ok öffnen ich wundere was in den files da drin ist wollen wir natürlich wieder schließen verdammt so ähm hier machen wir gar nichts gibt es da vielleicht irgendwas wo wir wodurch wir das ganze hier vielleicht abdecken können oder so oder hier wird auch video überwacht ne ich möchte ja nicht unbedingt oh hier rum schnüffeln also der hat mich eh schon auf den kiker deswegen werden wir jetzt mal hier verlassen aber er hat gut das hören wir uns jetzt an weil da war die kamera nicht Chloe if you're listening Pete was cruising home off duty und told me he saw you near that garbage dump now I've ordered told you to stay away from that place it's dangerous and you got no idea what kind of scum living out there stay away I'm serious ok ok ja ähm ich will sagen wir gehen wieder nach oben linke maustaste hinauf gehen das werden wir auch tun hier müsste eigentlich eine kamera sein warum sieht man die irgendwo hier ist noch ein foto lass mal anstehen you can't go home again said thomas wolf but here i am tja so ist es ja gehen wir wieder rein zu chloe Have you found the tools? sweet you can sit at my desk and fix your camera turn a moment just off chiert 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 So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Booyah, you skank. Karma's a bitch. Nice framing, too. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. I was there, hiding in the corner. Damn, you're a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Gar nicht. Ich war mir nicht sicher. Gar nicht. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. A little bit. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay. I only heard something about money. Drugs. But that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Nein. They haven't said it. No, I didn't know what to do. I don't blame you. That's some intense shit. Maybe I should go to the principal. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. Seriously, I didn't blab to anybody. Promise. Thank God. I'll tell you more someday. And I seriously owe you, Max. I, uh, know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. That's so cool you remembered my birthday. But I can't take this. Of course you can. My dad would be pissed if I never used it. And now I know it'll be used awesomely. And I'll snag this picture as a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way. I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, yep. I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Okay. Ja, dann machen wir ein Foto. This day couldn't get any stranger. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Chloe, are you up there? Yo, turn it off, turn it off. How many times have I told you to stop blasting that punk shit? Dude, the music's not even on. Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide. Now. My stepdad will kill me if he finds you here. Okay. Zum uns verstecken. Chloe, what's going on? Open his door, please. Chill. I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide. Now. Chloe. I'm coming. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. This is going nowhere fast. I'm not a kid anymore. I can't hide under the bed. Where else? I'm not screwing around, soldier. Chloe, open his door. Oh, damn. Why can I not run back? Yes, I can. Chloe, what are you doing? Chloe, you're stalling. Why is that happening? What's going on? Give me a minute. Ah. Don't get smart. Just... Chloe, I'm coming. Chloe, you're stalling. I'm changing. Okay, okay. Give me a minute. Give me a minute. One second. My bra is stuck. I'm not screwing around, soldier. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so frigging paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh, God. I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait. Is that grass? You've been talking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Who is it? Puh. Versteckt bleiben, eingreifen, versteckt bleiben. Ich bleibe erstmal versteckt. Der, wenn mich hier zieht. Stop treating me and my mom like we're your family platoon. Hey. Leave Joyce out of this. I wish you'd leave Joyce. Like now. Chloe, I'm sorry. I care about your mother and you just keep pushing me. Don't touch me again, asshole. That's the last time. Or I'll bring the cops in here so fast. You're not that dumb. I'd be smart to have you busted. Chloe. Some day you'll grow up. Hey, you okay? Welcome to the real step-douches of Arcadia Bay. I'm sorry. For what? He would have been a bigger dick if he caught you in here. That's hard to believe. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can go to in this hickhole. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Yeah, but she had just said that it would have been in order, otherwise it would have been worse. That's why I want to make the decision now not to be back again. Okay, let's go out through the window. Seeing Step Dick is not on the agenda. Okay, then we'll go out through the window. Okay, then we'll go out through the window. Okay, what do we do here? I haven't been here in forever. Okay, so why do I feel like I was just here? Wow, this is the exact same path I was on during my nightmare today. Okay. Well, that's have we already seen. That's that's where the lighthouse is. I feel like I'm in my nightmare again. But why am I here? Hey, Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Oh, der hat ein schönes Blausauger. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an. Versprochen. Du musst mir noch ein großes Geheimnis erzählen. Hier die Karte. Hier die Karte. Okay. Tja, und da ist Chloe. Lass uns hier mal ein bisschen umschauen. Lage vorher. Okay. Das war jetzt nicht. Das wollte ich nicht zurückspulen, das ist Quatsch. Hier haben wir noch ein Graffiti. So ein Geier. Das ist alles sehr, sehr mysteriös, sehr komisch. Hier noch irgendwo was. Leuchtturm, können wir da reingehen? Schade, es ist lockt. Ich erinnere mich, auf und auf die Schritte zu fahren. Okay. Tja, dann gehen wir jetzt mal hier rum. Am besten mal zu Chloe. Bist du sauer auf mich? Bist du mich schockiert? Ich wollte nur ein paar Backup. Ich bin nicht so brav als du. Und David ist tatsächlich ein Stepdouche. Entschuldigung, du musst es erstmals erleben. Du musst mit ihm leben. Hat er immer so gewesen? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home. I never trusted David. Ich hätte er vorhin mal sollen, er hat Kate blöd angemacht. Ich dachte nicht. Ich dachte nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist ein totaler Verwaltung. Er ist totaler Verwaltung. Es waren da spycams in der Haus. Ich wusste, dass du nicht wusste. Chloe, dein Haus ist unter Verwaltung. Was sagst du? Es gibt kameras all over der Haus. Ich habe es auf einem Monitor in der Garage gesehen. Ich wusste es. Er ist so hella fucking paranoid. Ich werde das ein secret für heute. Es gibt manchmal ignoranzös. Es ist so, dass ich so schrecklich bin. Ich bin so schrecklich. Jeder in dieser Stadt kennt alle secrets. Was ist Nathan's Geheimnis? Was ist Nathan's Geheimnis? Er ist ein Elitier, der kohle 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 mit dem Lack. Und er mich mit einer Dose in seinem Raum. Was? Ich habe ihn in einer Schütz-Holle Bar, die nicht schrecklich. Wie viel? Wir fragen noch Nathan. Mehr Infos. Wie viel? Wie viel mit dir und Nathan? Wir waren in seinem Raum in Blackwell. Wir trinken, und ich riecht bei seinem Schütz-Holle Bar. Er war ein Schritt nach vorne und hat etwas in meine Bier. Gott, Chloe. Ich kann das nicht glauben. Ich meine, ich mache das. Dann was? Ich weiß, dass ich auf dem Boden schrecklich bin. Ich wunderte, und der Perv war schrecklich, auf mich mit einer Kamera schrecklich. Es geht weiter. Das ist so krank. Chloe, das ist so krank. Was hast du dann gemacht? Ich habe gedacht, ich würde ihn bezahlen, um mich zu halten. Dann haben wir uns in der Bathroom. Und er hat eine Schraube gebracht. Das war Nathans letzte Fehler. Was ist die Polizei von ihm? Nein, die Polizei haben wir schon mal abgewehrt. Das ist immer noch gefährlich. Er ist immer noch gefährlich, Chloe. Nicht nur für dich. Gute, dass du niemandem nicht erzählst. Nathan Prescott hätte besser seinen Nachhinein sehen. Ich werde nicht immer da sein, um dich zu retten. Du warst heute hier, Max. Du hast mich zu retten. Ich bin immer noch auf das. Ich sehe dich nach all diesen Jahren, fühle mich wie... ...Destiny? Wenn das aus der …Destiny wird, Hoffnung ... wegen. Alles? Ich merotte das Herz. wir sehen können,maß applicant把它 Flucht zu erhalten. Ich trage sie hin. Es hat sich total alles hervon meille gew conventioniert. Was ist jetzt los? Jetzt sind wir wieder in der Nacht. Wieder in der Nacht, wo der Sturm kam. Okay, was ist das? Reha, oder ist der mehr so ein Geist? Wow. Wow, wow, wow. Äh. Da kommen wir nicht durch. Aber jetzt. Obwohl nicht. Okay, bleibt dabei stehen. Ach nee, jetzt fällt das. Okay. Gut, dass wir zurückspulen können. Woah, woah, woah-woah-woah-woah-woah, woah-woah-woah. Okay. Oh, mein Gott! Die Tornado ist zurück! Oh, shit! Oh, oh, oh. Okay, also müssen wir wieder zurück spulen. Muss man da durchkommen. Okay, jetzt haben wir hier eine Zeitung. Oktober 11? Ist es Friday? Das ist nur vier Tage weg. Oh nein. Der Tornado ist nach der Stadt. Chloe, du bist hier. Ich bin zurück. Oh mein Gott, das ist real. Es ist real. Oh mein Gott, das ist echt. Max, was ist passiert? Du hast völlig verletzt. Ich habe nicht verletzt. Ich hatte eine andere Vision. Die Stadt wird durch ein Tornado verletzt. Oregon bekommt über 5 Tornadoen alle 20 Jahre. Du hast nur zoniert. Nein, nein, ich habe es gesehen. Ich konnte eigentlich fühlen die Elektrizität in der Luft. Komm, ich schaufe ein, okay? Chloe, ich bin nicht verrückt. Aber es ist etwas anderes, ich muss dir sagen. Es ist etwas hartes. Talk to me, Max. Ich hatte das gleiche Vision in der Schule. Als ich aus der Schule herauskommt, habe ich herausbekommen, dass ich ein Zeitraum verletzt hat. Wie gesagt, nicht verrückt. Aber hoch, richtig? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Weep's late, hiding sick in waterfalls. We were younger. We were younger. Weep's late, hiding sick in waterfalls. We were younger. We were younger. We played hide, hide, and sick in waterfalls. We were younger. We were younger. We played hide, hide, and sick in waterfalls. We were younger. 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 Someday we will foresee obstacles through the blazer, through the blazer. Und das war Episode 1 von Life is Strange. Wir haben endlich jemanden gefunden, den wir uns anvertrauen können. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Denn wir spielen auch Episode 2, 3, 4 und 5. Das heißt, es wird auf jeden Fall weitergehen. Schon in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf und bin selbst sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. In diesem Sinne bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Das ist ein schweres Wort. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.